schön dass wieder eingeschaltet das willkommen zurück hier auf meinem kanal mein name ist peacekeeper und ich habe vorbotschaften meine ich weiß nicht warum ich immer lachen muss keine ahnung auf jeden fall meine ich ja meine frage antwort video dass ich nicht so eine gute internet verbindung zu upload zahl habe das hat sich glücklicherweise geändert ich habe jetzt 10 mb upload was auf jeden fall sehr gut ist und damit kann ich auch live stream der ein oder hat sicherlich gemerkt als ich dann test live stream auf mein er gemacht habe und ja jetzt wollte ich euch noch mal fragen auf welcher platz und mich am liebsten stream soll ich gehe mal sehr stark davon aus dass die meisten das auf youtube sehen mal aber hier noch mal oben rechts könnt ihr noch mal auswählen auf welcher plattform ich dann stream soll und ich habe noch eine frohe bursche ich bin jetzt ein mmo ag heißt sie glaube ich seite partner mit geht das ist so wie amazon halt nur für games beziehungsweise für psn karts xbox karts team karts also wenn ihr mich unterstützen wollte könnt ihr gerne da auf meinen link unten in der video schreibung draufklicken wenn der kommt dann bekomme ich halt provision und das wird nicht teurer weil ihr das von da auf kommt ist sogar manchmal günstiger habe ich schon gesehen so psn karten von 20 bis von 20 auf 18 euro naja und viele hatten mich ja gefragt ob ich nicht mal einfach so rang matches hochladen kann das mache ich jetzt headset quality ist leider nicht so gut aber eine gemeinten die auch als ich das kurz getestet hat dass es vollkommen okay ist deswegen habe ich mal bisschen entspannte musik im hintergrund reingepackt weil ich keine ahnung ich bin so ja der entspanntere ich drehe auch nicht durch beim zocken ich bin sehr ruhig und ich finde es einfach entspannt wenn man so ganz ruhig entspannte musik hat und dann einfach sehen kann wie ich dann so spiele falls es dir gefällt dann lass gerne daumen da und wenn du noch ganze rang matches sehen willst kann ich das auch gerne machen muss ich nur wissen ob ihr das sehen wollt ja viel spaß mit dem video und wir sehen uns beim nächsten mal meine freunde macht's gut und passt auf euch auf haare der war der war allerdings konsolbüro die konsolbüro Moment, nicht ping. Live ping, wo der Ping ist. Hahaha. Ich bin hier geholt worden, Alter. Top 5. Nice. Yes. Was ist der Archer für ihn? alter alter hoho ja lass mal ein ding sich aufmachen ich weiß nicht wer das ist sauber ich hab karriere wer hat die bombe wer bei mir ist kommt plant kann man sagen plant der schafer ist online und aktiviert da ist nicht dann habe ich dann habe ich das hier da er hieß kapkan egal haben wir noch sehr gut weiß ich nicht weil sie schießen aber hier schon rein ok machen wir auf schlafen weiter schlafen dann der ist in der h schlafen in der runde schlafen ich bin das schlafen habe ich habe ich eine drauf das ist oben auf der back habe ich ein ace? ne das war uns ich versuche einfach ein ich gehe rein pass auf die flossen warte ne die habe ich schon zerstört ich mach auf nein ich habe nichts oder war da noch das knapp wo man war nicht wo sie Zauber Jungs, sauber Ich hab das auch noch mal gesehen Warte, ich drohe mal kurz rein Ah, sauber Zauber Jungs 10-10 9-10 10-10 Vielen Dank.